Die europäische Schuldenkrise ist nach wie vor das alles beherrschende Thema an den Börsen. So eben auch aufgrund der Problematiken in Griechenland und jetzt zusätzlich eben noch Italien. Da ist es völlig unklar, ob es zu einer Übergangsregierung kommt, ob es Neuwahlen geben wird, ob nun Ministerpräsident Silvio Berlusconi tatsächlich zurücktritt oder ob das Ganze nur eine Ente, ein taktischer Winkelzug von ihm war. Und diese ganzen Unsicherheiten, die sorgen eben auch für große Nervosität an den Börsen. Das drückte den deutschen Aktienindex am Morgen zunächst nach unten bis auf 5.721 Zähler. Jetzt hat es sich aber wieder ein bisschen erholt. Der DAX liegt leicht im Plus mit 20 Punkten oder 0,4 Prozent bei 5.850 Zählern. Das führt aber wiederum an der Allwachs dazu, dass man diesen Braten überhaupt nicht traut und eher jetzt in die Put-Options-Scheine und Shop-Zertifikate auf den DAX einsteigt. Und das zieht den Allwachs-Sentiment-Index jetzt im Moment auf minus 30 Punkte. Wir haben Zahlen bekommen, zum Beispiel von drei großen DAX-Unternehmen, Deutsche Telekom, K plus S und auch Siemens. Und allesamt melden Gewinnanstiege, aber die Reaktionen, die sind äußerst unterschiedlich. Die Deutsche Telekom, die profitiert von dem harten Sparkurs und hat überraschenderweise den Gewinn steigern können. Das hilft der Aktie aktuell um 2,9 Prozent nach oben auf 9,03 Euro. Freut viele Derivate-Anleger, die in den vergangenen ein bis zwei Tagen hier peu a peu auch Call-Options-Scheine auf die Telekom gekauft hatten. Bei einigen sehen wir da jetzt Gewinnmitnahmen, andere bleiben noch drin in den Scheinen. Und es gibt auch Anleger, die Calls noch nachkaufen. Dann haben wir von Siemens eigentlich auch ein sehr schönes Ergebnis bekommen. Dort läuft ja das Geschäftsjahr bis Ende September jeweils. Das ist also jetzt schon abgeschlossen. Und da gab es insgesamt einen kräftigen Gewinnanstieg im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Aber-Siemens-Chef Peter Löscher, der äußert sich etwas skeptisch. Er spricht mit einem Blick in die Zukunft von einem moderaten Wachstum. Und das wiederum treibt die Analysten der LBBW jetzt dazu, das Kursziel von 82 auf 75 Euro zu senken. Aufgrund dieser vorsichtigen Aussagen, die Siemens-Aktie nur 0,2 Prozent plus bei 72,60 Euro. Und K plus S bricht ein Minus 5 Prozent bei 42,25 Euro, weil man die Prognose gesenkt hat, wegen unklarer, nein nicht unklarer, aber zumindest zurückhaltender Bestellungen der Zwischenhändler wegen der unklaren Konjunkturaussichten.